Es ist nur noch eine Duster! Alter, auf! Alter, auf! Alter, auf! So wollte der Hunde-Profi sich das vorgestellt. So wollte der Hunde-Profi sich das vorgestellt. Also genau das ist das, was ein Hund eigentlich braucht. Also in einer Art gezielt in den Shows sich auszutoben, wirklich ein freier Hund zu sein, weil Huda letztlich glaubt nicht und die Hunde schon verstanden hat, einen Hund muss man wirklich auch ein bisschen trainieren, denn nur ein gut erzogener Hund hat auch das Maximum an Freiheit und hat das Gefühl, Nala ist jetzt ein richtiger Kurs. War cool, ja? Sehr gut! Ich finde das schön! Ja! Ich freue mich sehr! Ihr habt viel geschafft! Weil wir haben geübt, dass wir den Ball ganz weit wegwerfen und dann, dass wir wegwerfen und dann lass sie bald alles weg liegen und kommen sie zu uns. Sag mal, was hat sich für euch mit Nala verändert jetzt in der Zeit? Was fühlt sich anders an oder was ist anders geworden? Ja, ganz viel! Ja, ganz viel! Ja, ganz viel! Wenn wir dann kommen, dann kommt sie auch immer und wenn wir der Ball nöten, dann bringt sie auch der Wahl. Ja, und was mich aber am meisten freut und das war mein Ziel, ich höre, dass ihr versteht, dass das ein Hund ist und kein Spielzeug. Kannst du dich erinnern, als ich zu Anfang kam, das ist ein Hund? Ja! 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 Ja!